Ich habe so viel Cola getrunken und ich habe so viele Energiepakete bekommen und ich war den ganzen Tag auf Highspeed im Internet. Jetzt muss ich raus in die Welt und ganz viel Geschwindigkeit konsumieren. Kommt mit! Und weil uns das noch nicht gereicht hat, toppen wir jetzt nochmal alles. Was? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein!